mal gucken ob ich jetzt den normalen ausgang wieder finde also das ging einmal hier rauf besser gesagt den normalen eingang wieder finde dies ist nicht so wie bedacht ah ja hier so da so hopf 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 ich höre das Brotel es ist hier so und hier ist der Weg nach draußen ah ja das war also mein Fehler hey great so sehe ich es dann jetzt beim nächsten Mal hoffentlich muss ich erstmal wieder irgendwie raufkommen mittendrin bisschen Luft holen und einfach gleich außen weitermachen siehste mal die Kakteen die haben es begriffen die sind gewachsen das Bamboo auch sehr schön wir können hier also in Ruhe untergründig der Sachen auf den Grund gehen während hier oben das Zeug wächst ich weiß das noch nicht die Zeit zum knacken ist so hier Eisen und Kaole ich sollte vielleicht einfach mal die Vieche überdachen so in der Hoffnung dass sie dann ruhig sind und das war unkonvenient so komm den auch noch dann teilen wir dich auf teilen wir dich auf jetzt müsste eigentlich genug Zeug übrig sein um genau das zu machen so drei noch übrig die kommen erstmal hier rein hier sind die Blöcke hier drauf so dann hätte ich gerne die Stöckels und ein bisschen Eisen und zwar nochmal 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ok ein bisschen Erde ablegen ist vielleicht ein bisschen viel Erde abgelegt haben wir noch irgendwo Pilze keine Ahnung aber ihr wollt bestimmt Papier haben so sind hier Pilze drin wieso sind hier irgendwo Pilze drin aber du kannst die Knöcheln haben so 1,2,3 1,2,3 1,2,3 yo, yo, yo so du kriegst ähm wo sind die Stöcker jetzt hin da sind die Stöcker hin der ganze Cleanstone Krempel kann eigentlich auch woanders weg ich geh mal kurz erstmal ernten ja finde ich sowieso nachher wieder unten wieder und ich biete sonst der blöde Priester dann auch die Schatzkarten an die ich hier mir holen soll laut Kommentaren klingt erstmal einfach wenn man im kreativen Modus ist da kann man sich ja 20.000 von diesen Dingern da geben lassen unten halt sich genug Dings Mark da holen wobei die kann man sich auch im kreativen Modus ganz einfach holen jedenfalls will ich damit sagen das Einkaufen ist da wesentlich einfacher als hier wo du erstmal arbeiten musst für dein Geld ist ja schrecklich wer macht denn sowas so hab ich noch Platz ich hab noch Platz wir waren also noch nicht lang genug unten wenn hier noch Sachen wachsen können nähäähäh oh ich geh mal kurz das Ufer lang weil hier haben wir genug Zeug fallen lassen bup Kakteen ist noch Platz für Wie mache ich denn das am billigsten? Ich mache es am besten so. Ich glaube, so ist es am einfachsten, weil... Naja. Am ungefährlichsten. Hast du gesehen, wie gerade der Kaktus gegen den Kaktus gefallen ist und deswegen kaputt gegangen ist? Also wir hatten fünf Kakteln mit jeweils drei, also ist genau einer kaputt gegangen, weil wir haben jetzt so und so viel. So, also eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, sechs. Mist. Nöf, zehn. So, sind hier die Kaktis? Ne, sind hier die Kaktis? Auch nicht. Wieso sind hier keine Kaktis? Sind hier die Kaktis? Hä? Hatte ich nur zehn Kaktis oder wie? Und da finde ich die gerade nur wieder nicht. Wie dem auch sehen. So, hier hast du Kaktis. So, da ist das. Äh, Andesir, Diorit. Wir kennen den ganzen Spatenkram. Hier so, da so, irgendwie. Kugelstein ist nicht mein. Pfeile. Redstone. Wie sieht's denn damit aus? Haben wir da schon Blöcke? Wir haben da schon Blöcke. Dann mach ich mal gleich noch ein paar mehr Blöcke. So, haha. Voll gerne. So, das hat's schon richtig viel gebracht, seh ich gerade. So, das kommt hier rein. Soll ich mir gleich mal eine Eisenrüstung machen, wenn wir schon dabei sind? Sieht fast so aus, als wäre das mal ein Ding der Nötigkeit. So. Außerdem kann ich jetzt schon mal wieder ein bisschen basteln. Und zwar Papier. Yay! Mehr Papier. Die haben hier echt keine Pilze? Doch, da sind welche, sag ich doch. So, Schwert haben wir noch eins in Reserve. Zäune, die können hier mal wieder rein. Die haben da eigentlich im Inventaro nix zu suchen. Sand kann hier auch rein. Siehst du richtig, siehst du richtig, Rüstung wollte ich machen. Gib mal her. Also, Schuhe. Dazu hätten wir gerne einen Helm und eine Rose. Äh. So, Hose. Machen wir es so. Dann haben wir Helm und Schuhe. Und das Hemd. Bengo, Brongo. Sollte ich vielleicht auch langsam zu Eisenblöcken craften. Andererseits. Vielleicht doch lieber nicht. So, sortier mal. Ist sortiert. Was ist denn hier mit dem Sortieren aus? Ja, nicht so wirklich. Was ist das hier? Default. Aha. Nach Alphabet könnte man fast meinen. Nö, nicht wirklich. Jetzt ist der Stack weg. Ich muss hier oben ein bisschen brennen. An dersten gehe ich nochmal kurz stripen. Für so einen kleinen Moment. Das war Kunst, sag ich euch. Kunst war das. So, jetzt muss ich den Eingang aber wirklich mal finden hier. Also, er war dann wohl. Hier war er. Genau. Das sollte ich vielleicht irgendwie anders markieren noch. Aua. Das habe ich dann gleich wieder beschädigt alles. Warte. Äh, Inventar. Nix. 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 Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. What? Ah, da vorne. Wollte ich schon sagen. Aber hier so. Was denn jetzt? Fahr. So kommt der Penner her. sich traut, direkt mir vor die Nase zu laufen, der Penner? Ich wollte ihn endlich in die Lava stoßen. Hat offenkundig nicht geklappt. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, woher kam der? Fehlt hier irgendwo Licht? Offenkundig, aber wo? Können die überall fehlen, wenn wir mal genau sind. Toll, jetzt habe ich selber keins mehr. Ist ja egal. Ich wollte ja hier eh so ein bisschen am Rand lang. Ne? 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 Er war auf der Suche nach Diamanten und er fand Lapis Lazuli. Naja, nehmen wir es mal nicht so eng damit, weil das brauchen wir auch zum Zaubern. Oh, hier ist noch mehr über mir direkt. Bis dazu ist es immer so ein kleiner, schwacher Trost irgendwie nur. Hashtag auch nö. Um nichts zu sagen. Habt keine Fackeln mehr. Tschüss. Hey, ein Skelett-Schütze, der mich da findet und boom. Komm, hier muss es doch irgendwas geben. Ja, genau genommen, irgendwas gibt es ja auch. Wuh! Komm, hier muss ich ja auch mal. Ich weiß, ich bin wegen Diamanten hier, aber Sucht. Vor allem gehen mir diese komischen Quarzdinger hier, oder was das ist, gerade extrem auf dem Sack, weil ich genau weiß, da sind wahrscheinlich keine Diamanten drin. Näh! Na, ok. Brauchen wir über Steine für seine Inneneinrichtung. Ich habe hier gerade eine Menge. Ok. Verflucht, ey. Ich brauch doch nur zwei Dias. Er stellt sich aber gerade wirklich so an, als wäre er schwer zu kriegen. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das blöde ist, naja, ich seh ohne Fackel nix. Wie noch Holz dabei? Nö. Aber du, mein kleines Fackelding, bist hier grenzenlos überflüssig, deswegen nehm ich dich mal mit. 1, 2, dann nehm ich das hier als nächsten Streifen. Dann macht man offengesagt eigentlich tiefer das Zeug, aber naja, wie gesagt, wir haben hier gerade keine Fackeln dabei, um das Ganze auszuleuchten. Deswegen wäre das gewissermaßen selbstmörderisch, hier sowas reinzuhauen, aber okay. Verdammter Erdhaufen! Oh, Rotstein! Wie war das mit dem Selbstmord? So viel Füllmaterial hast du gar nicht dabei. Weißt du, wenn das wenigstens zu Diamanten führen würde, aber es führt hier gerade aktuell überhaupt nirgendwohin. Es führt nur im Kreis, einfach um die Kohle herum. Danke. Okay, aber alles über dem Level wird zugemauert. Okay.